Hallo Lieben, Christian Schumacher, Patrioport, Jungs-Coach und so weiter und so fort. Wenn das Video rauskommt wahrscheinlich am Samstag steht noch die Lesung in Karlsruhe an, auf jeden Fall, das ist die einzige, außer die in Wien, die ist ja erst im April, da gibt es noch Karten, weil wir in Karlsruhe einen ganzen Kinosaal haben, da könnt ihr gerne noch kommen in die Schauburg-Zeit, ist glaube ich 18 Uhr. Ja, heute haben wir wieder so eine E-Mail, wie es denn ist, wenn das Universum einen erhört und schickt einem einfach einen anderen Partner und ja, dann ist es doch nicht ganz so, wie man immer so dachte. Es gibt ja, ich glaube von Watzlawick ist das zwei größten Tragödien im Leben, seine Herzenswünsche erfüllt zu bekommen und seine Herzenswünsche nicht so erfüllt zu bekommen. Ist viel Wahres dran. Ja, schauen wir mal rein. Hallo Christian, ich habe deine Videos schon so krass gesuchtet, dass alle Alarmlocken schellen. Wenn nur etwas Minimi in Toxic geht. Danke dafür. Hatte zwei toxische Beziehungen in den letzten drei Jahren. Die letzte hat mich geschlissen, ich war am Ende. Nun bin ich aufgestanden, habe ich mit Steffi Stahl, dir und da, ja, kenne ich gar nicht, gesattelt, aufgepäppelt und räume aus dem Bild, was ihn nicht gesund anfühlt. Fühlt sich gut an. Nun habe ich einen neuen Freund und die Erfahrung von Plus in den Minus-Bull zu kommen. Ist ja so auch ultra unangenehm. Jetzt weiß ich nicht, ob mir der neue zu wenig gefällt. Wenn ich jetzt verstandesmäßig analysiere, er ist hübsch, mir hat sein Äußeres auf Anhieb gefallen. Spricht natürlich sehr dafür, was er dir nicht gefällt. Nett. Sorry, muss ich mal kurz übergeben. Okay, nett, okay. Kommuniziert. Ist das ekelhaft. Hör auf mit dieser E-Mail. Nett. Und kommuniziert. Was denn noch? Erste Treffen waren einmal die Woche. Dann Aussage, dass er sich langsam bindet. Oh Gott, du Arke. Wie furchtbar. Genau das, was sich alle mal hier wünschen. Sieht gut aus. Will sich binden. Kommuniziert. Aber es ist natürlich sehr ekelerregend. Kann man sowas zulassen? Nein, wirklich echt. Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Dann die Aussage. Ja, er bindet sich langsam und hat gefragt, wie es bei mir aussieht. Und ja, sagen ja manche, dass sie nur auf die Männer stehen, die auf sie nicht stehen. Und ja, ist doch, Leute, ist das nicht wirklich verrückt, je mehr ich solche E-Mails kriege. Das ist genau das, was sie alle wünschen. Und man denkt, ich fühle es nicht. Aber da kommt jemand daher, will einen nicht. Lehnt einen ab, lovebombt einen. Und es wird alles ertragen. Jeden Tag lässt man sich runter machen. Jeden Tag lässt man sich fertig machen. Jeden Tag lässt man sich krümeln. Alles wird durchgegangen. Und da kommt jemand, ist nett. Also nett ist man in dieser Welt echt verloren. Man ist echt komplett verloren, ey. Naja. Und ich weiß es nicht irgendwie, so ich den Fehler hatte. Zu klein, zu langweilig. Weil kein Drama, das hat mein Verstand schon gecheckt. So gesund. Oh Gott, ich muss mich schon wieder ans Mikro übergeben. Gesund. Und so langweilig. Ich kenne das einfach nicht. Ich komme nach Hause und setze mich auf den Teppich und denke mir, hä? Ich möchte nichts schreiben, nichts diskutieren. Nicht gerade zurück zu ihm. Ich brauche nicht gerade das nächste Date. Und dann sitze ich einfach da und streiche ich mir mein Haustier. Leute, das ist normal. Das ist normal. Ich traue es mir eigentlich zu sagen. Das ist normal, dass man so vom Date kommt. Weil man muss, es ist alles klarer. Es muss nicht ständig diskutiert werden. Streiche ich mir mein Haustier und habe Frieden mit mir. Aber tut es mir so leid. Ich habe mir versprochen, mein Drama, mein Dopamin und Kick, wenn ich es brauche, nie mehr in Beziehung zu suchen und auch nicht zu provozieren. Und ich mache das jetzt nicht und jetzt sitze ich da, wie gesagt, und weiß echt nicht so recht, wohin mit mir ist es, wie auf Eiern zu laufen. Wenn wir was abmachen, muss ich nicht Sorge haben, dass es nicht klappt. Oh Gott, ist das so schlimm, diese Mail. Hör auf mit diesen netten Sachen. Oh Gott. Wenn er Leute einlädt, bin ich selbstverständlich willkommen. Innere Schmerzen, ey. Seine Ferien plant er mit mir. Sorry, Leute, ich kann das kaum vorlesen. Mir war es aber zu früh, sonst habe ich mir das immer gewünscht. Jetzt macht es einer und ich blocke ab. In seinen eventuellen Umzug bezieht er mich mit ein, weil er möchte, dass ich mich da wohlfühle. Kann das nicht mehr, Leute. Ich kann es nicht weiter vorlesen und gerne komme, dass ich mich wohlfühle und gerne komme. Er hat sogar gefragt, ob wir da gemeinsam hinfallen und ein Projekt machen. Ja, und da weiß ich nicht, ob er jetzt creepy ist, was auch immer creepy ist, keine Ahnung, nach drei Monaten sowas zu machen oder ich zu minuspolig. Naja, wie dem auch sei. Ich bin zwar gesund vom Pluspol, aber da geht die Geschichte ja erst recht los. So ist es, war natürlich alles ein bisschen ironisch, falls es nicht aufgefallen sein sollte. Das ist, wenn du das bekommst, was du dir immer gewünscht hast. Ruhige, sichere Beziehungen. Und dann geht die Arbeit im Minuspol los. Es geht dann leider weiter. Also trotzdem gute Arbeit, dass du das so weit hingekriegt hast. Und gut, jetzt mal ernst. Jetzt muss man natürlich immer gucken. Also ich denke, da ist jetzt überhaupt nichts falsch an diesem Mann. So, ne? Also gute Wahl. Und du hast ja geschrieben am Anfang, ihr gefällt dir, warum soll man das jetzt diskutieren irgendwie? Und da musst du jetzt wirklich bei dir gucken, machst du ja auch. Klar, grundsätzlich sagt man jetzt immer, jemand sollte nicht zu needy sein. Also für so Ex-Liebessüchtler ist immer, natürlich soll es nicht toxisch sein, aber jemand sollte auch nicht zu needy sein. Das ist dann manchmal überfordernd, ne? So zu viel echte Nähe auf einmal. Aber das lese ich jetzt hier nicht raus. Das ist eigentlich, das ist exakt das, was sich immer alle wünschen. Exakt das, so, ne? Und trotzdem, ich verstehe das natürlich. Das ist so, wenn man dann in eine sichere Beziehung kommt. Und manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man dann einen Partner hat, der auch nicht zu viel will. Aber hätte ich ja jetzt nicht gezwungen, zu ihm zu ziehen. Und ihr habt einmal die Woche angefangen zu sehen. Ich meine, was soll man da noch zu sagen? Das ist eigentlich alles okay, so, ne? Und alles andere, genau, so soll Dating starten, dass es keine Probleme gibt. Und nicht ständig nachdenken, dass er dich einbezieht. Genau so, irgendwie, ne? Und da musst du jetzt durch, leider, ne? Oder halt nicht. Das ist, denke ich, so werde ich das Video nennen. Du entscheidest, was für Beziehungen du führst, so, ne? Oder du sagst dir, ähm, kann ich nicht, ich ist nicht, sorry, schaffe ich nicht. So, so sichere und verlässliche Beziehungen zu führen. Ich laufe lieber wieder Männern hinterher, die ich nicht haben kann, so, ne? Ähm, das muss jeder, ganz ehrlich, das muss jeder für sich entscheiden, ne? Ich kann das nicht entscheiden. Und, ähm, jetzt ist es natürlich schon so, also da gibt es auch Forschungen drüber, dass Frauen Männer interessanter finden, äh, wo sie sich der Gefühle der Männer nicht so komplett sicher sind. Also es ist nicht nur dein Liebeschiff, würde ich sagen, sondern, äh, so aus Sicht der Polarität ist es manchmal, ähm, gar nicht so schlecht, wenn der Mann so ein bisschen laid back ist, wobei ich kann jetzt wirklich nichts Negatives rauslesen aus der Mail. Er hat ja jetzt auch nicht gedrängelt oder so, er hat einfach gesagt, hey, ich finde dich cool, ich will dich und ist alles gut. Ähm, aber, ja, es hat, es gibt eben auch noch so einen kleinen Tacken, der mit Polarität zu tun hat, so. Aber, ja, it's up to you, ne? Musst du entscheiden, dann kannst du das aushalten. Oder sagst du dir, mein, mein, äh, Frontalhirn ist so unterstimuliert, äh, mit diesem, diesem ausgetrockneten Dopaminfluss hier, also, äh, äh, kannst auch mal einen Glückskurs machen und gucken, ähm, oder auch Modul 2 ist da gar nicht so schlecht, ähm, mal zu gucken, wie, wie kann ich, ähm, anders den Kick besorgen, ist ja auch in Ordnung, wenn dein Gehirn einen Kick braucht, und dann sollte man sich so gesunde Kicks, äh, besorgen, ne? Und, äh, aber letzten Endes, jetzt mal, wie gesagt, allen Spaß beiseite, es ist deine Entscheidung, so, ne? Äh, aber das ist eine super Mail, weil damit, äh, das ist nicht bei jedem, bei manchen ist es ein bisschen weniger so, ne? Äh, wie gesagt, ich kenne den Mann ja jetzt auch nicht, ich will es auch nicht sagen, dass das so gar nichts mit dem Mann zu tun hat, aber letzten Endes, das ist ein ganz normaler Start, so, ne? Und damit muss man sich auseinandersetzen, wenn das Universum das liefert, was man immer haben wollte, ne? Was sind eure Erfahrungen mit den ersten sicheren Beziehungen? Schreibt's gerne mal drunter und, ähm, nochmal an, meinen, meinen Wunsch an die Leute, es gibt ja so ungefähr 50% der Leute, die gucken meine Videos ohne auf dem Abo-Knopf drückt zu haben, ich weiß, das muss man auch nicht mehr so unbedingt, YouTube spielt dann immer die Videos aus, aber trotzdem unterstützt ihr meinen Kanal sehr, wenn ihr dann doch mal drauf drückt, ähm, ja, kostet ja auch nix und, ähm, ja, und, äh, hilft so dem Algorithmus mit meinen Videos. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, schau ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.